Ok, da war er. Das sind Farben. Aimed? Fahr, fahr, fahr! Alter! Was ist das für eine Season? Holy shit! Oh, guck mal, ein Legion Trap. R4C mit 1,5er, Junge! Das wird, das break das Game? Boah, ich weiß es nicht, Alter. Das ist schon echt fucking krank, ne? Das ist zu viel, was da aufgeht. Warte. Einmal hier mein Motorrad langfahren lassen. Vor deinem Panzer. So, dann seh mal zu, dass du ein bisschen rumfährst. Das ist ja absolut sch... Möhohohohoho, Da oben! Junge, der hat auch... Junge, der haben die Vertikalspieler... Aus-vertikalisiert, ich muss liefern. Jumann, der hat doch oben grad aufgeschossen. Das hast du nicht gehört? Nein. Die sind ganz unten, wir sind einen da drüber reingegangen. Die haben noch einen da drüber gehalten. WTF? Das Ding ist da glaube ich grad, der ist aufgeschossen auch. Ha Ha. Ja. Operation Vertical Play, Alter. Oh, das ist... Crazy. ist so krank im menschen was ist hier geplantet was machst du denn dann mein baggie er holt sogar ein mann digga du hast ja gar nichts mehr ich höre dich nicht er plantet man ja weil du acht mal nix machst warum pflückst du denn dann pass auf das wird lustig jetzt das ist jetzt auf das schild fallen und dann geht das kaputt und das fährt ist gar nicht so weit das hat das geld kaputt gemacht macht das schild kaputt was ist das für ein game ich spiele ein ganz anderes spiel als die gegner fuck fuck nein es war immer verworfen alter ja unlucky egal mach mal die decke zu kollege ich kann mich gar nicht zocken ja 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 keine ahnung ach so ja nach dem swanke 32 das muss ich rein so eine zeitlupe abspielen was war das denn weiß ich nicht ach so mein gott ich dachte mir schon habe ich voll vergessen voll vergessen hey wo stehst du denn wie lange stehst du da die glück natürlich am kitchen table alter wo sonst weil die sounds ja an sich schon so gut sind dann kann sich keiner mehr über falsche sounds beschweren gut randy durch die jana geholt guter charakter was die hat eine bank im hochgeschmissen ich lass jemanden gegen den strich rasieren bitte ist es ja richtig scheiße das kann sich ja keine mehr an zeit hinstellen genau hier drin ich habe die tür eigentlich von hier oben was sind die kannst du rein ich bin schon drin dann mach mal ein bisschen sound oder so dass sie piekt ich komme unten rein spritte 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 ich bin hinter dir ich mache sound mach mal gar nichts die valkyrie ging von einer hecke in die andere das junge aber du hast gar nichts mehr Ich habe nicht gehört, dass die Valkyrie vor mir stand. Ja. Alter, ich kann doch jetzt hier alles aufmachen oder nicht? Hallo Valkyrie. Wir sind in der Valkyrie. Hi. Elysium Klaus mit Pumpe hat mich. Was ist mit ihm? Aber den ganzen Connector aufzumachen wäre auch richtig gemein, Alter. Ja, da ist sogar einer drin, oder nicht? Der war ein Connector. Was aimst du da ab, Junge? Ich bin auf mein Leben klar. Ist so komisch geworden, das Game. Bei der Rotation, der war schön. Scheiße. Ja. Junge. Ich glaube, ich stelle mich noch mal hier in die Welt safe an der Durchbruchung. Doch, Alter, wenn du Bock hast zu leiden, dann kannst du gerne die Tester mal ausprobieren, aber es ist nicht geil. Egal, ich lasse auf mich, ich will das hier durchkommen. Ich will das hier durchkommen und dann probiere ich die wegzumachen. Ich habe doch gesagt, ich mache mir keinen Schaden mehr. Achso, der findet man. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Wie krank sieht das aus? Geht alles auf! Wie habe ich das überlebt, Alter? Die ist auch da. Ja, die hat die Gu gesehen. Gu sind so ass jetzt. Was passiert? Der plantet doch, oder nicht? Hä? Niemals. Was hat der gemacht? Alter! Was war das? Der hätte beide eigentlich haben müssen. Holy shit. Bist du bei mir an dem Window? Ich bin bei dir nicht. Ich bin bei dir nicht. Ich mache auf, du springst rein. Ja. Ja. Rechts hallway ist komplett sauber. Das ist ein Chill. Aber es ist komplett clean. Okay, komm. Warte, geh weg! Geh weg! Geh weg! Oh! Scheiße! Guck mal, ich krieg niemanden so. Boah! Ich habe noch niemanden so gefühlt, aber ich war durchgehend so geholt. Das darfst du nicht sagen. Ja! Komm, Digga! Nee, Alter, weiß ich nicht. Neue Shotgun-Meter jetzt, sagst du? Cool, ja. Boah! Boah! Boah!